Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 555, wunderbare Schnapszahl. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hallo, Halli, Hallo, Hallöle. Und der Dennis. Ja, servus, hallo. Also die Schnapszahl lasse ich mir auf keinen Fall als Folge entgehen. Ja, wenn einer da dabei ist, dann bist du das, Dennis. Wobei bei den Temperaturen ist so ein Schnaps vielleicht eher so ein Longtrink, oder? Das wäre doch das Richtige. Das klingt gut, auf jeden Fall. Steigen wir überall ein. Alles, was kühlt, ist willkommen. Danke, auf jeden Fall. Irgendwas mit viel Eiswürfel. Ja, meine Damen und Herren, wir werfen uns hier todesmutig vor das Mikrofon bei hohen Temperaturen in unsere aller Büros oder Standorte, wo wir gerade aufnehmen. Von daher, wir haben die Fenster auf. Von daher, wenn Hintergrundgeräusche sind, wir versuchen es zu vermeiden. Aber ein bisschen Luft braucht es dann auch irgendwie beim Podcasten. Dafür sollte die Soundqualität jetzt insgesamt besser sein, wenn ihr das jetzt nicht vielleicht live, aber dann später hört in der nachbearbeiteten Fassung. Schreibt uns da mal, gerade auch bei Spotify tatsächlich, schreibt ja mittlerweile relativ regelmäßig uns User, das ist eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, könntest gerne auch mal kommentieren und sagen, ob es wirklich besser geworden ist. Weil natürlich hattet ihr in der letzten Zeit Anmerkungen, das ist immer mal technionale Problematik, Problematiken gab, ein paar Schwierigkeiten. Und da waren wir jetzt dran, das zu verbessern. Vielleicht hat es ja geholfen. Genau, wir versuchen es, falls euch da noch Dinge auffallen, wie Marvin sagt, dann gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. So, genau. Und bevor wir dann jetzt gleich über die Eintracht und das letzte Testspiel und das bevorstehende erste Pflichtspiel sprechen, möchte ich natürlich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um drauf hinzuweisen, dass ihr neben fleißigen Kommentaren, die ihr sowieso immer schreibt, ihr dieses wunderbare Projekt, was sich jetzt hier in seiner 16. Saison befindet, auch unterstützen könnt finanziell. Wir sind zu 98% finanziert von euch da draußen mit euren regelmäßigen oder unregelmäßigen Geldzuwendungen, nenne ich es jetzt mal. Und ja, wenn ihr uns regelmäßig hört, dann vielleicht denkt ihr da auch mal drüber nach und schaut mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr neben all unseren Folgen oben auch einen Support-Link und da findet ihr die Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Dann können wir uns vielleicht auch irgendwann eine Klimaanlage leisten. Wer weiß das schon so genau. So, und jetzt sprechen wir mal über die Eintracht und ja, die Vorbereitung ist quasi rum. Es gab das letzte Pflichtspiel, oder nein, das letzte Vorbereitungsspiel, nicht Pflichtspiel, Vorbereitungsspiel, am vergangenen Samstag um 21 Uhr in Valencia. Es gab einen Pokal zu gewinnen, den hätte die Eintracht sogar vielleicht mit nach Hause nehmen können. Und am Ende hat sie dann dieses Spiel verloren. Das war das erste der vielen Testspiele, die wir hatten, was dann verloren gegangen ist. Und ich fand jetzt im Nachgang es ein bisschen irritierend, weil es ist für mich, also vielleicht so ein bisschen dann auch meine eigene Einschätzung, es ist halt immer noch ein Testspiel. Aber ich fand jetzt das Gemurre, was da jetzt irgendwie stattgefunden hat, sowohl in, ja, ich nenne es jetzt mal Presseerzeugnissen, aber auch in den Social Media schon sehr kritisch. Und ich kann es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, weil am Ende des Tages ist es halt schon auch noch ein Testspiel. Und gerade auch in der Abwehr war es ja dann jetzt auch mit dem Abgang von Pacho, über den wir dann gleich noch sprechen, und auch dem späten Einstieg von Koch in die Vorbereitung, dass das vielleicht noch nicht so ganz optimal ist. Fand ich es irgendwie ein bisschen verwunderlich, dass man da schon so harsch in diese Kritik einsteigt. Marvin, du kennst dich in dem Metier so ein bisschen aus. Kannst du das nachvollziehen, dass man da jetzt so harsch schon mit Kritik um sich wirft? Ja, irgendwo schon. Denn ich glaube, es gibt eine grundsätzliche Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit ist im Endeffekt, dass wir aus der letzten Saison noch eine gewisse Grundunzufriedenheit mit uns rumtragen. Oder viele von uns, sondern viele auch gerade in den sozialen Medien. die in der letzten Saison zwar eine Eintracht gesehen haben, die dann sportlich Ziele erreicht hat, aber spielerisch weit unter dem Niveau war, wie wir es uns, glaube ich, alle vorgestellt haben. Und das ist wie so ein Schnitt auf der Haut. Da ist jetzt zwar Grint drüber gewachsen, aber das kann sehr leicht wieder aufplatzen. Das kann sehr leicht, kann da wieder Blut rauskommen. Und ich glaube, für einige ist das immer noch genau das. Und wenn du dann siehst, dass Fehler, über die wir in der letzten Saison gesprochen haben, immer noch nicht abgestellt sind, auch denk logischerweise, wie der neue Fehler hinzukommt, eben weil jemand wie Pacho für 40 Millionen Vereine verlässt. Und dann du natürlich nach Nachfolgern gucken musst und du siehst, ah, so richtig gleichwertig ist da nichts dabei, sowohl bei Amandar, der einfach noch Zeit braucht, als auch bei Tutor, der leider in meinen Augen schon länger nicht mehr auf dem absoluten Niveau ist, wo man auch normalerweise bei ehrlicher Betrachtung darüber nachdenken müsste, okay, Tutor, ich glaube, dein Leistungsplateau wurde erreicht. Das heißt, eigentlich müsste man mal sich weiter bewegen, müsste man vielleicht überlegen, ist es vielleicht Zeit für ihn zu einem neuen Verein zu gehen, neue Reize und so weiter und so fort. Und dann dementsprechend für die Eintracht da nochmal auch abzusteppen. Ja, genau. Aber das ist halt so eine Kulmination mehrerer Dinge. Das heißt, die Probleme wurden ja irgendwo schon angegangen mit Co-Trainern, mit vielleicht einer veränderten Ansprache von Dino. Trotzdem ist es noch so, dass das ein wackeliges Gerüst ist. Und wir sehen halt auch bei so einem Testspiel, auch wenn es heiß war, man darf nicht vernachlässigen, Bullenhitze in Spanien, schwieriger Gegner. Insgesamt 2 zu 3 jetzt kein dramatisch schlimmes Ergebnis. Aber trotzdem hat man gemerkt, okay, viel Einzelwerk, wenig was zusammenfällt und was dann zusätzlich halt wirklich problematisch ist, das Potenzial von allen ist wesentlich höher als das, was sie momentan zur Leisten imstande sind. Und das ist gerade sehr, sehr ärgerlich. Und dementsprechend sind viele kurz angezündet, auch weil sie offenbar, und das gehört dann auch dazu, nicht eine Vorbremse haben. Also ich meine, manchmal denkt man ja gewisse Dinge und dann denken wir drüber nach und dann ist es irgendwie in einer abgeschwächten Form oder man sagt, ach naja, komm, wird schon werden. Aber viele tragen ihren Unmut dann direkt auf Social Media ungefiltert und sind auch natürlich wegen Klicks, wollen sie natürlich irgendwie edgy Takes verbreiten und so. Und dann wird halt schnell draufgeschossen. Und das ist momentan eine ganz schwierige Mischung aus Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, gerne draufschießen, damit sie irgendwie Likes kreieren. Ehrbarmen, ehrlichen Unmut und halt in einer Situation, die tatsächlich auch vertragt ist für die Eintracht. Also liegt es eigentlich, nehme ich jetzt deine Ausführung, zu einem ganz, ganz großen Teil an diesen emotionalen Altlasten, die man aus der alten Saison noch mitgenommen hat, dass man da jetzt schneller unzufrieden ist oder zumindest schneller unzufrieden zu sein scheint, als es vielleicht tatsächlich notwendig wäre. Ja, das ist mein Gefühl, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist in vielerlei Hinsicht nicht notwendig. Dinge haben ja in der letzten Saison auch nicht immer gut funktioniert. Wir waren auch hier unzufrieden, auch völlig zu Recht unzufrieden. Über das Wie, wie es zu erreichen der Platzierung kam, muss man auch immer reden. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass die Eintracht unter Kröschern-Verein ist, der auch finanzielle Weiterentwicklungschancen sich sucht. Das heißt, dass immer wieder Spieler veräußert werden für viel Geld, wenn sie davor ein bisschen Geld gekostet haben und mehr Geld verkauft werden. Dann ist das leider das Konzept der Eintracht, was natürlich auch vielen Fans dann irgendwie nicht so originär gut gefällt. Aber das gehört dann dazu. Und es ist aber auch so, dass das Real wieder Lücken reißt. Es gehört halt leider irgendwie dazu. Und ich glaube, für uns alle ist es schwer, ein rationales Gefühl auf das zu bekommen, was bei der Eintracht passiert und gleichzeitig die emotionale Bindung zu dem Verein zu halten. Weil es ist natürlich so, dass wir viele Spiele nicht mehr in diesen Positionen haben, in denen wir sie mal hatten. Sie haben nicht mehr die Relevanz oder sind schlichtweg nicht mehr da. In Rode war ein emotionaler Faktor für die Eintracht-Fans. In Hasebe irgendwie definitiv auch. Wir haben nicht mehr ganz so diejenigen, die in der Prominentenrolle, also Chandler ist lange da, ist ein cooler Typ und einer der Integrationsfiguren. Aber der ist ja nicht der, der die ganze Zeit auf dem Platz steht. Und dann fehlt das. Und dann hast du so ein Durchrotieren wie mit Pacho. Der ist ein Jahr da, dann ist er wieder weg. Das ist clean, das ist okay. Aber dann fehlt es dir. Und dann hast du auch weniger, auf das du zurückfällst. Und dann bleibt vielleicht auch so eine gewisse Unzufriedenheit, wenn du nicht merkst, okay, ich bekomme den Tausch. Ich bekomme den Tausch, okay. Das ist eine Mannschaft, die irgendwie nicht so richtig ein Profil hat, aber die spielen geilen Fußball. Weißt du, was ich meine? Wenn du dich dann dadurch definieren kannst, dass du halt merkst, okay, wir spielen geilen Fußball. Wir spielen die Bundesliga vor uns her. Oder wir haben ein Konzept, das ist anders als viele andere Konzepte in der Bundesliga. Dann kannst du sagen, das ist die Eintracht. Also das ist zumindest der Eintracht-Weg. Aber wenn sowohl das Spielerische fehlt, als auch die Komponente mit Ziehpersonen, mit Personen, die irgendwie einen an dem Verein halten, dann wird es vielleicht unter Umständen ein bisschen schwierig. Ja, verstehe. These, die Eintracht hat sich zu schnell weiterentwickelt und wir als Fans sind da nicht mitgekommen in der Geschwindigkeit. Könnte das so eine Erklärung dafür sein? Ja, ich glaube schon, aber das ist natürlich. Also das ist auch total okay. Niemand kann mit der Entwicklung so schnell mitkommen, wie schnell die Entwicklung bei der Eintracht war. Man darf hier nicht vernachlässigen. Wir kommen alle aus Zeiten, in denen wir Abstiege, Zweitliga-Zeiten, Graupenfußball, Rumpelfußball, kleine Glücksmomente erlebt haben. Ja, und jetzt sind wir in einer Zeit, in der die Eintracht von einem internationalen Spiel zum nächsten Jagd, zwei Pokale gewonnen hat, international in der Champions League gespielt hat, wir uns in Transfersphären bewegen, an die wir früher nie gedacht hatten. Das heißt, die Entwicklung ist so rasant, dass wir natürlich nicht die letzten sieben Jahre mit den letzten 30 Jahren so schnell überschreiben können und dass es sich auch erst mal einpendeln muss. Die Situation ist eigentlich eine relativ luxuriöse, dass wir in Zeiten des generellen Fußballwandels, weil der Fußball ja generell nicht anders ist, also so wie es es mal früher gab, mit Integrationsfiguren, mit großen Spielern, da gibt es vielleicht drei, vier Vereine, die das haben in der Bundesliga oder drei. Am Ende sind es drei. Am Ende sind es ein bisschen die Bayern auf jeden Fall, Dortmund. Aber selbst alle anderen Vereine haben das nicht, weil im Endeffekt, wenn Leverkusen so ein Go-To-Spieler ist, dann wird er in ein, zwei Jahren verkauft. Zu RB gehen eh keine Spieler, die irgendwie charakterlich jetzt irgendwie eigentlich bei einem Traditionsverein sein wollen. Also da passiert dann nichts. Du hast halt so zwei, drei Vereine, bei denen das irgendwie möglich ist, der Rest halt nicht. Und dann hast du so ein Durchrotieren. Also dementsprechend ist es auch völlig natürlich. Das heißt, eigentlich könnten wir sogar froh sein, dass die Eintracht wenigstens so gut spielt, dass wir da was haben. Aber dann bräuchte es eine größere Identität im Spiel der Eintracht selbst. Und die hat Dino bislang auch einfach nicht etabliert. Das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, weil wir kannten das. Wir kannten das durch Kostic. Kostic, Kostic-Flanke, Kostic-Flanke, Tor. Kostic-Flanke, Silber-Tor. Kostic-Flanke, andere Spieler-Tor. Und das ist ja geil, dass du eigentlich das immer variieren konntest. Und du hattest da irgendwie ein Gefühl für. Dann hattest du die Büffelherde und so weiter und so fort. Du hattest viele Segmente, wo du wusstest, das ist das Eintracht-Spiel. Und momentan fehlt es halt daran. Ja. Ja, finde ich eine nachvollziehbare Erklärung. Dennis, was ist denn deine Meinung dazu? Bin ich auf jeden Fall voll bei Marvin. Das Problem ist, dass auch so fangewünschte Optionen einfach dann doch zu selten auf dem Platz gezeigt werden. Wie gerne, Marvin, du sprichst gerade an, Büffelherde. Du hast das Potenzial eigentlich mit Martanovic, Mamouche und Eki Tiquet. Vorne mal wieder drei Götze vielleicht dahinter, der sie ein bisschen füttern kann. Ja, sind alles Sachen. Oder auch ein Shaibi, der jetzt zwar die letzten Spiele auch, wo du merkst, so richtig reinfindet er sich nicht. Aber so das, was ich eigentlich die Leute, oder ich sag mal, was ich mir wünschen würde, nämlich, gut, du hast dann die Schwächen natürlich über die Seiten. Da bist du dann wieder anfällig. Aber du versuchst hier so eine eierlegende Wollmilchsau zu legen, die aber nicht funktioniert. Dann springst du auch ständig zwischen den Systemen hin und her. Mir geht es auch so, dass ich sage momentan, Mann, was ist denn das jetzt schon wieder? Auch wenn das natürlich nicht entscheidend ist, was in den Testspielen, wie die ausgehen und so weiter. Aber diese Struktur, dass ich gesehen hätte, ah, das will Topmüller jetzt diese Saison spielen. Ah, hier ist gesetzt, da ist eine gerade Linie drin. Das sehe ich auch jetzt schon wieder in den Vorbereitungs, zumindest in dem, was ich gesehen habe, nicht. Und das macht mir auch schon ein bisschen so, ah, das erinnert mich, Marvin hat es so schön beschrieben, als die Wunde, die jetzt gerade ein bisschen Grint drauf hatte und reißt die sofort wieder auf. Ist bei mir automatisch als Reflex auch da, auch wenn es nicht rational ist. Deshalb würde ich mir auch wünschen, einerseits bin ich auch natürlich dankbar, wenn mehr auch die Spieler, die eine Tradition bilden könnten oder die als Identifikationsfigur sein könnten, mal ein bisschen stabiler ihre Leistung bringen würden. Weil dann haben sie noch mehr, ja, ich sage mal, Heldenstatus. Das sind Götze, wenn der mal wieder richtig an seine Form kommen würde. Ein Koch, der sich jetzt reinspielen kann, in der Innenverteidigung muss er jetzt der Held werden, weil alles außenrum irgendwie nicht so funktioniert, wie es soll. Aber daraus kannst du, denke ich, auch Heldengeschichten machen. Du musst den Leuten die Zeit geben, leider, das ist immer so. Und du musst als Trainer aber auch dann was etablieren, wo du sagst, ich sterbe halt einen Tod, weil wenn ich die drei vorne spielen lasse und mache ich dich offensiv rambazamba, dann fange ich auch hinten mehr Tore über die Außen. Damit muss ich dann leben. So richtig sehe ich es aber momentan einfach noch nicht, dass da ein klares System ist, das will ich spielen, das will ich machen. Und das hatten wir letzte Saison auch schon. Das ist das, was mir eigentlich dazu einfällt. Identifikationspersonen, es gibt genug Potenzial auch in dem Kader. Auf der anderen Seite muss unbedingt hier ein klares Statement, eine klare Linie rein und nicht dieses, ich versuche mal das, ich versuche mal das und dann klappt es wieder nicht. Weil ich glaube, da haben alle jetzt die Schnauze voll, da muss jetzt eine gerade Linie durchgezogen werden. Denke ich zumindest. Oder René, wie siehst du das denn? Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann die Ausführungen von dir und von Marvin komplett nachvollziehen und ich merke das an mir selbst auch, so ein Stück weit, dass einfach so diese, ja, entweder Identifikation mit bestimmten Spielern auf dem Platz oder mit dem Spielsystem, wo man dann halt sich als Fan hinstellen kann und sagen kann, jawohl, das ist meine Eintracht. Das fehlt so ein bisschen. Aber das ist, wie Marvin ja sagt, das ist, glaube ich, auch Bestandteil dieses Entwicklungsprozesses. Und da muss man sich natürlich auch an Veränderungen gewöhnen. Und auf der anderen Seite sehe ich auch den Punkt, den du sagst, Dennis, wo man sagt, von wegen, es gab bestimmte Mängel im Spielsystem aus der letzten Saison, wo man vielleicht auch kommunikativ das dann jetzt so gedreht hat von Eintracht-Seiten, dass man gesagt hat, das ist eine Umbruch-Saison und pass mal auf, wenn wir ein Jahr da sind oder wenn der Trainer und das Team ein Jahr da ist und wir hatten viele neue Spieler, wenn die Spieler dann auch mal da sind und sich an das System gewöhnt haben, dann wird das alles irgendwie besser. Und ich glaube, dann geht man da aber trotzdem auch jetzt wieder als Fan mit so einer etwas falschen Erwartungshaltung da rein und erwarte so nach dem Motto, dass das Thema jetzt direkt irgendwie gelöst ist. Aber für mich ist so ein Testspiel, ist ja da, um Dinge auszuprobieren. Also dann kann ich doch nicht bemängeln, dass der Trainer sich jetzt entscheidet, Dinge auszuprobieren. Das Testspiel sagt ja keiner, auch wenn es das letzte Testspiel vor dem Pflichtspiel ist, du musst da jetzt 100 Prozent mit der gesetzten Startaufstellung gehen. Es ist ein Testspiel, es ist da, um Dinge auszuprobieren. Aber kann ich doch nicht bemängeln, dass da jetzt irgendwie Dinge ausprobiert werden. Also ich bin da auch so... Es hilft dabei auch nicht, es hilft dabei auch nicht, Verunsicherung rauszunehmen. Also ich muss dir wirklich sagen, auch das Tutor hin und her, mal vorgezogen, mal hinten, mal dort. Also du musst dir auch überlegen, auch die Spieler müssen sich ja auf irgendwas mal ein bisschen konzentrieren, ein bisschen eingecroovt werden. Ich denke, dass das letzte Testspiel dafür eigentlich ideal gewesen wäre, mal zu sagen, kommt jetzt, spielt er mal und dann könnt ihr euch einspielen, dass er gegen Braunschweig dann schon mal so ein bisschen im Flow seid. Klar, musst überhaupt nicht. Ich bin voll bei dir, René. Generell ein Testspiel nächste Woche, wenn alles geklappt hat, machen wir alle einen Haken dran und sagen, ah, Pustekuchen, was hat denn der Dennis da für ein Quatsch erzählt? Testspiele waren schon immer ein Gesetz für sich. Klar, bin ich voll bei dir. Es ist trotzdem irgendwie, es schafft in dieses Un... Ja, ich sage jetzt mal, nicht ganz so ruhige Konzept noch mehr Unruhe rein, was eigentlich gar nicht sein müsste, finde ich. Es ist sehr viel Wechsel drin, sehr viel Rumprobiererei. Das ist doch eigentlich... Ich bin voll bei dir, dass da ausprobiert werden kann und alle Fehler, die jetzt passiert, super, aber passiert sind alles gut. Die passieren dann hoffentlich nicht ab nächster Woche oder ab Wochenende, besser gesagt. Aber trotzdem, es ist mir zu viel Unruhe und ich würde mir wünschen, dass da einfach mehr Ruhe reinkommt. Und das zeigt ja auch, dass so diese ganze Eintracht-Bubble momentan so... Oder viele sind, uh, was ist da schon wieder los? Das ist einfach viel Unruhe leider. Es ist so in dem Gesamtkosmos und ich glaube, das ist ja dann nicht nur Fans und auch nicht nur wir, sondern das ist ja dann auch alle die, die sich professionell, regelmäßig mit der Eintracht beschäftigen, merkst du einfach so eine gewisse Unruhe, so eine gewisse Angespanntheit, weil, glaube ich, jeder sich so ein Stück weit erhofft, dass es jetzt einfach klack macht und dass es dann eben da ist, wo es sein soll. Aber es ist halt auch eine gewisse Befürchtung halt da, dass das halt irgendwie nicht funktioniert. Und in dieser Unsicherheit und in dieser Angespanntheit bewegt sich irgendwie so dieser ganze Kosmos rund um die Eintracht gerade. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Dennis, das trägt dann einfach auch nicht dazu bei, dass dann da eine gewisse Ruhe reinkommt. Ja, und ich glaube, wir müssen das auch auf unterschiedliche Aspekte unterteilen, denn die Unruhe ist ja nicht überall begründet, denn es gibt Mannschaftsteile, wo wir sagen können, Leute, das wird offensiv. Da ist momentan viel Stückwerk. Ich war beim Spiel gegen den FSV und habe auch da sehr viel Stückwerk gesehen. Habe gesehen, dass beispielsweise Leute wie Nathaniel Brown, die sich zwar aufdrängen, aber gleichzeitig noch Entwicklungen brauchen, aber auf der anderen Seite ist jemand wie Mamouche jetzt schon ultra präsent. Dann müssen wir auch mal über positive Dinge sprechen, dass Matanovic in dieser Situation jetzt schon so da ist, so präsent ist und eigentlich überall immer zur Waffe werden kann, finde ich eine super Sache. Also das ist etwas, das war eine konsequente Entwicklung der Frankfurter Eintracht, über Jahre hinweg, Matanovic jetzt dorthin zu bringen, dass du kein schlechtes Gefühl hast, wenn er reinkommt. Ganz im Gegenteil, der kann für Gefahr sorgen, hat jetzt auch schon in den Vorweiterungsspielen ein Tor geschossen, das ist für mich eine super Sache. Also das heißt, wir haben mit Matanovic, wir haben mit Mamouche, wir haben mit Ekitike, wir haben mit Chaibi, wir haben so viele, Knauf, wenn er wieder fit ist, so viele gute, wichtige Spieler, das ist eine Varianz. Und dann ist der Bimba auch noch da, dann ist er und Götze noch da, dann haben wir über Can Uso und müssen wir sprechen. Das heißt, wir haben so viele Offensivspieler, und wir werden alle brauchen. Ich will nicht sagen, dass da nur einer wechseln sollte, auf gar keinen Fall. Wir werden alle brauchen, aber wir haben Varianz und wir können damit die Bundesliga gut bestreiten. Da bin ich vollkommen 100% sicher. Dementsprechend würde ich die Angriffsbemühungen rausnehmen aus der Situation einer, naja, Unzufriedenheit. Wo wir aber natürlich hier rein müssen, ist leider, leider, leider die Defensivkonstruktion. Und die ist nicht optimal, übrigens nicht seit gestern, sondern die ist über Jahre, übrigens auch schon bei anderen Trainern, immer wackelig gewesen. Auch wenn man immer gerne über einen Olli Glasner spricht, der eine Legende ist, der den fucking Europa Cup hierher geholt hat. Aber auch in seiner letzten Saison gab es Situationen, wo wir gedacht haben, meine Güte, was war das für ein Spiel? Warum ist das da hinten so ein Hühnerhaufen? Wir erinnern uns an seine letzte Saison im Winter, wo klar gesagt wurde, ich brauche einen Innenverteidiger. Der ist nicht gekommen. Aber genau das, warum braucht er einen Innenverteidiger? Weil, vielleicht hängt es auch so ein bisschen an ihm. Kann auch sein, dass er in der offensiven Aufstellung besser ist als in der Defensive. Aber es gibt halt ein Konzept nicht so wirklich. Und das merken wir ehrlich gesagt. Der Dino, ich glaube, das ist ein bisschen besser geworden, als Koch zu Eintracht gekommen ist. Und Koch Paco ist eine Superkombi gewesen. Eine sehr solide Superkombi. Aber jetzt fällt halt mit Paco, der wechselt ja jetzt auch nicht ohne Grund zu Paris. Also die wissen schon, was die an dem haben, dass es ein guter Spieler ist. Und jetzt wechselt ein wichtiger Baustein, verständlich, den Verein. Aber das heißt, jetzt muss ich dieses Bausteinchen wieder ersetzen. In einer Kürze der Zeit, obwohl jetzt schon wieder die Spiele, die relevanten, wichtigen Spiele kommen. Und dann merkst du, okay, da ist viel Einzelarbeit. Die Eintracht ist momentan nicht gut darin, ein sehr konsequentes Pressing zu betreiben, beispielsweise den Gegner dazu zu zwingen, mal Fehler zu machen. Also es gehen alle dann schon schnell drauf auf den Einzelspieler. Die werden schon angegangen. Aber in einem schlüssigen Konzept, genau. Und in einem schlüssigen Konzept, den Gegner zu Ballverlusten zu zwingen, zu Fehlpässen zu zwingen, das passiert zu selten. Und da muss ich auch, wie gesagt, ich habe Tutor leider schon mal reingenommen. Ich glaube auch, dass Tutor diesem Spiel nicht mehr gerecht wird. So ehrlich muss ich sein. Ich glaube, ein Koch ist zu jeder Tageszeit gesetzt. Und ich würde fast eher sagen, dass wenn ein Collins schnell lernt, er sich da relativ schnell schon anschmiegen kann. Das ist übrigens gar nicht negativ bezüglich Tutor, der jahrelang super bei der Eintracht performt hat. Aber ich glaube, irgendwann kommt jetzt der Schnitt, wo man sagen muss, das ist die Entwicklungsstufe, die es nicht weitergeht. Und ich gehe aktuell davon aus, dass er, sage ich mal, dass er ein Spinnennetz für die Eintracht in der Defensive nicht aufbauen kann. Das müssen andere tun. Und dafür muss es aber auch, ehrlich gesagt, das Mindset von Dieter Topmöller her geben, genau das mit aufzubauen. Und ich weiß ehrlich gesagt aktuell nicht, ob er das kann. Guter Punkt, auf jeden Fall. Ja, Tutor, das ist leider, und das ist ja so, wir wollen ja nicht hier einbashen und sagen, oh, der war es jetzt oder der ist es, sondern das ist einfach so eine Entwicklung, die ist ja auch nicht neu, Marvin, du sagst das. Es trägt sich schon so lange durch. Du hast jetzt auch wieder mit den Außenverteidiger, den siehst du auch nach vorne, alles klar, wie du es hast, Brown ja schon angesprochen, da sind sehr gute Ansätze in Kunku. Wir wissen genau, wenn er kommt nach vorne, absolut alles in Ordnung. Nach hinten, ah, mh, ei, ei, ei. Da wird es dann schon wieder wackelig. Da müssen wir einfach gucken, da sind Probleme, die sind aber nicht seit gestern auf dem Zettel. Ich bin gespannt, wie du verpflichtest tatsächlich noch, weil du musst definitiv noch mal nachlegen, dass der Wechsel mit dem Griechen zieht sich natürlich jetzt schon ganz schön. Muss mal gucken, wann ist das Quali-Spiel, Marvin? Du hast es vielleicht im Kopf gerade. Ist das die Woche? Ich glaube jetzt auch. Morgen und nächste Woche. Mittwoch und genau. Morgen und nächste Woche. Ja, also das Letzte ist glaube ich am 27. Und so ein bisschen scheint es drauf irgendwie zu drängen, dass sich das Park jetzt irgendwie bis zum 27. irgendwie warten will mit einer Entscheidung. Ich habe jetzt gerüchteweise gehört, Schrägstrich gelesen, dass man versuchen will, sie jetzt irgendwie so ein bisschen unter Druck zu setzen und bis zum Wochenende, also jetzt im kommenden Wochenende irgendwie eine Entscheidung herbeizuführen. Was ich halt nicht gelesen habe ist oder nicht gesehen habe ist, was es halt als Alternativen gibt, wenn man jetzt eben mit Park da keine Entscheidung irgendwie forcieren kann. und das bereitet mir tatsächlich gerade so ein bisschen Kopfschmerzen. Was ja immer gut ist, wenn es offen nicht kommuniziert wird, weil es ist ja immer nur dann wieder Heckmeck und Dings. Ja klar. Aber Marvin, sorry. Nee, alles gut. Ich finde es total gut, dass wir darüber sprechen und es ist auch ohne Drama. Die Eintracht ist wirklich lange, lange, lange da jetzt schon dran gewesen. Und das ist schon alles gut. Das ist schon in Ordnung. Übrigens hat Kuliarakis gerade ein Tor geschossen. Das ist doch heute. Zum 2-1. Ja, ja, das ist heute. Ja, das Hinspiel ging 2-2 aus. Und jetzt ist es gerade, wo wir sprechen hier an diesem Dienstagabend, so, dass aktuell Pauk tatsächlich führt. 3-2, wenn es so weitergeht. Wenn das der Stand wäre, dann würde das bedeuten, dass Pauk in der nächsten Runde wäre, auch in Kuliarakis herausragend seinen Job erfüllt hat, indem er dazu beigetragen hat, dass sein Verein weiterkommt. Also allein dadurch, dass er so Tore schießt, ist es dann natürlich so, dass du sagst, okay, der Markt wird jetzt nicht gerade geringer. Das wird alles noch eine spannende Sache. Die Eintracht ist trotzdem lang gedanklich an ihm dran, hat ihn gescoutet. Das ist alles in Ordnung. Aber es ist natürlich die Schwierigkeit solcher Deals, die müssen natürlich auch irgendwann vollendet werden. Weil je weiter das alles geht, je schwieriger es wird, je näher wir an der Pflicht spielen sind, desto schwieriger ist es auch, Leute direkt reinzubringen. Und Kuliarakis, ich zeige, wenn ich den Namen öfter falsch ausspreche, ich bemühe mich, ist trotzdem aber absolut im Saft und wird der Eintracht zumindest, wenn das jetzt diese Woche schon über die Bühne geht, wird er auf jeden Fall gegen Braunschweig schon helfen können. Da bin ich ganz, ganz sicher. Aber dann müssen wir halt in der Bundesliga sehen, ob er sich so gut einfügt. Ja, aber ich glaube, es bleibt absolut unbenommen, dass man da jetzt eine Lösung finden muss, einfach auch mit Blick auf die Vielzahl der Spiele, die wir da haben, dass man da einfach eine möglichst gesetzte Verteidigungsreihe hat. Und dann ist ja auch noch die Frage, für welches System man dann diese Verteidigungsreihe braucht. Da können wir ja dann gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über eine mögliche Aufstellung gegen Braunschweig sprechen, was denn überhaupt so gefühlt das System ist, in dem die Eintracht vielleicht spielen wollen würde. Aber weil du das gerade so schön angefangen hast, Marvin, mit den einzelnen Mannschaftszahlen, also ich glaube, wir sind uns einig, im Sturm haben wir genügend Alternativen und da haben wir genügend Qualität und da sind wir deutlich besser besetzt, als noch in den letzten Jahren. Ich habe da immer noch gewisse Menschen im Ohr, die sehr oft das Wort Stürmer erwähnen. Ich glaube, da haben wir tatsächlich keine Probleme. Da ist es jetzt vielleicht eher noch so ein bisschen das herausfinden, welche Kombination an Spielern in welchem System denn tatsächlich am besten funktioniert, aber dass das funktionieren wird, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, wenn ich das so verstanden habe. Offensive Part im Mittelfeld ist wahrscheinlich auch kein Thema. Da ist wahrscheinlich die spannendste Frage eher noch, was passiert mit einem Junior-Diener-Ebimbel. Das ist so ein bisschen, da hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche und auch in den vergangenen Folgen schon immer mal drüber gesprochen. Das ist immer so ein bisschen Münzwurf, welchen Ebimbel man da jetzt gerade irgendwie zu Gesicht bekommt und ich glaube, er ist da selbst auch irgendwie nicht zufrieden. Also da bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich da die Weichen noch irgendwie stellt. Aber ich glaube, da offensiv sind wir auch gut hin. Da ist wahrscheinlich eher ähnlich, wie du es vorhin angesprochen hattest mit der Abwehr, eher so der Defensivpart vom Mittelfeld, wo noch irgendwie so ein bisschen unklar ist, wie man da agiert und wer dann vielleicht neben Skiri und Larsson oder mit Skiri und Larsson da dann die andere Position oder der andere Spieler ist, weil ich glaube, Götze ist eher so 8er bis 10er Feld nach wie vor die bessere Option, als jetzt hinten so als Abräumer. Das wäre für mich jetzt auch noch so eine Position, wo ich sagen würde, da müsste man noch mal drüber nachdenken, ob man da nicht noch was tun will. Ja, und dann haben wir Abwehr, haben wir schon besprochen. Und dann haben wir im Tor, ich glaube, Kevin Trapp ist als 1 gesetzt und dann ist die spannende Frage eher, wer wird die Nummer 2 hinter Kevin Trapp werden? Aber zumindestens, ich habe da, egal wer da irgendwie ist, überhaupt keinerlei Bedenken, sowohl Jens Kral als auch Kawa Santos, hätte ich jetzt irgendwie wenig Bedenken. Man hat ja jetzt auch im Testspiel gesehen, wo er die letzten, ich glaube, es waren so rund 25 Minuten, drin war, dass der doch durchaus einiges auf der Linie kann. Torhüter ist doch deine Spezialität, Marvin. Hättest du da irgendwie ein Problem mit, wenn man sagen würde, Santos wird dieses Jahr schon die Nummer 2? Ach nein, auf gar keinen Fall. Ich finde das total denklogisch. Also es ist auf jeden Fall logisch, dass man sagt, okay, Santos, wenn man auf ihn was hält, dann muss er die Nummer 2 werden. Finde ich, bin ich vollkommen bei euch. Also gerade ist 35 Jahre alt. Der kann da relax auf die 3 rücken. Ich weiß halt nicht, ob Santos wirklich derjenige ist, auf den man gehen sollte. Ich finde es tatsächlich immer ein bisschen sinniger, jemanden zu haben, der fluent in Deutsch ist. Und auch wenn es um die Direktion der Abwehr geht, dann ist es für mich schon sinnvoll, klar, dass du keinen zweiten Kevin Trapp bekommst. Bin weiterhin aber davon überzeugt, dass die Eintracht perspektivisch nochmal gucken muss, ob Santos wirklich die Nummer 2 ist, die aufgebaut wird, perspektivisch auf die 1, also neben Kevin Trapp dann. Das muss man sehen, aber jetzt akut ist das jetzt nicht drängend. Ich weiß aber und ich sehe das, dass es Kritik an Kevin Trapp gibt, der momentan auch wirklich nicht in seiner Bestverfassung ist. Da muss er wieder hinkommen. Aber ich sage mal, da ist es nicht so, dass ein Testspiel jetzt über Wohl oder Weh entscheiden sollte. Ja, fand ich auch, dass da teilweise auch ein bisschen sehr, also da fand ich die Kritik auch ein bisschen sehr, sehr hart. Und das las sich auch irgendwie so teilweise, als wenn man da sagen würde, so nach dem Motto, das ist doch schon seit Jahren irgendwie auf dem absteigenden Ast. Und da würde ich sagen, tut man ihm absolut zu Unrecht. Er ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Torhüter und wir sollten da absolut keine Bedenken haben, wenn er, dass er da die Nummer 1 hinten auf der, auf der Linie ist. Ich glaube, da kann auch, da können auch andere Torhüter neben ihm nach wie vor profitieren von der Erfahrung, die er da einfach auch mit reinbringt. Auf jeden Fall. Das wäre keine Baustelle, die ich da auch nur im Entferntesten irgendwie öffnen wollen würde. Das ist sehr gut, sehr gut, weil er ist ja selbstkritisch genug auch. Er hatte sich ja auch in verschiedenen Statements geäußert und hat selbst erkannt, dass er nicht an sein Leistungsniveau rankam. Das ist schon mal gut, weil das zeigt, dass er auf jeden Fall Lust hat, daran zu arbeiten. Und das ist definitiv wichtig. Du sagst es. Er braucht sich auf keinen Fall zu verstecken. Und um jemanden aufzubauen, er sagt das auch was Wichtiges. Marvin, das war von dir sehr gut. Und es kann ja auch sein, dass es so eine gleitende Saison gibt. Wir kennen das ja aus manchen Vereinen, dass dann tatsächlich auch mal Spielzeit in Liga oder, ja, ich sag mal, Pokal oder sonst was dann aufgeteilt wird. Sowas könnte man sich ja theoretisch auch vorstellen, wenn du sowas hast, dass jemand wirklich so sehr in den Kader drückt, als zweiter Torwart dann. Ich denke, da wäre Trapp auch und ist in einem Alter und in einem Standing, dass er das nicht als beleidigte Leberwurst dann nimmt, sondern eher, jo, machen wir, nehme ich an diese Herausforderung, da den Platz um das Tor. Ja, also vielleicht wird es auch noch mal pushen. Das weiß man ja auch nicht. Vielleicht ist es ja jetzt auch schon so, dass er sagt, Kawa Santos ist mir so nah dran, dass ich noch mal ein paar Prozent mehr rausholen kann. Wie du sagst, René, wir machen hier keine Diskussion auf. Es ist nur sowas, gut, dass er selbst sagt, er erkennt und ist nicht hier der Beleidigte, sondern er sagt, er muss einfach ein bisschen gucken, dass er wieder noch mehr an seine Leistungsgrenzen rankommt und dann sind wir doch schon zufrieden, wenn er das wieder schafft. Dann ist das doch top. Da sind wir super hinten aufgestellt. Eine wichtige Sache. Ihr habt ja schon das Thema angesprochen, bezüglich Defensivarbeit auch. Ich hatte jetzt was von Dino gelesen. Das ist ja so ein Reizwort auch für ihn oder eine Reizsituation, wenn jemand wohl nicht mitarbeitet. Ecki Tiquet ist da ja wohl ein bisschen auch so wieder in Ungnade gefallen. Deshalb war ja auch so dieses, naja, Matanovic ist hier eigentlich in den Trainingsleistungen vorne. Bin ja auch mal gespannt, ob das wirklich so ein bisschen anstichelnd ist, ob das dann funktioniert, dass einfach dort noch ein bisschen mehr nach hinten gearbeitet wird. Weil ich glaube, das ist was Wichtiges. Marvin hatte das vorhin auch schon angesprochen, mit dem Anlaufen und der Überzahl gegen den Spieler zu gewinnen, fängt eben im Sturm an. Oder zumindest auch in der Offensive. Da müssen wir einfach gucken, dass da alle wirklich richtig Bock haben und richtig mitarbeiten. Weil sonst kann sich auch Dino natürlich da was Tolles ausdenken. Wenn nicht alle gleich mitmachen, bricht das immer gleich zusammen. Gerade bei diesen Pressing-Situationen. Das ist ja, sobald es nicht ordentlich kollektiv und gleichzeitig ist, ist es leicht zu umspielen. Verstehe ich, finde ich in Ordnung. Aber mich stört es schon sehr, dass das immer wieder angesprochen wird. Ich halte es aktuell für nicht förderlich, solche Debatten nach außen zu tragen. Offen ist offen. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Warum? Es gibt keinen Grund, diese Situation. Also wenn du, ich sage mal so, wenn du es als Trainer nicht schaffst, dass auch gerade am Anfang der Saison, im Training die Reize so nach innen zu setzen, im Training, ja, und dass du sogar nach außen gehen musst, da erkenne ich da eine gewisse Schwäche. Weil du musst im Training eigentlich schon zeigen, Leute, ey, das ist zu wenig. Was ist los mit dir? Du kannst dir auch anschreien. Das ist auch gar nicht schlimm. Also es ist auch nicht schlimm, im Training immer lauter zu werden, ja. Und das muss aber da passieren. Und nicht später in der Pressekonferenz, nicht bei der Presse. Das nervt mich, weil das sorgt wieder für Unruhe, das sorgt für eine unerwaltige Diskussion und macht, ehrlich gesagt, Dino Topp-Müller weniger souverän. Also dann macht das im Training. Das ist wieder so ein Zeichen von so einer gewissen, ja, Unsicherheit, irgendwie dem fehlenden, der fehlenden Möglichkeit, sich durch, zu der Hilflosigkeit, danke, das war so ein bisschen das Wort, was ich suchte und versuchte gerade zu umschreiben. Und ich fand, er hat es ja eigentlich schon ein Stück weit ein Statement dadurch gesetzt, dass er gesagt hat, die Startelf ist halt die, wo ich jetzt dann halt auch sage, die haben sich im Training irgendwie am besten präsentiert, wo ich irgendwie der Meinung bin, dass das so die Elf ist oder die Spieler sind, die gerade irgendwie am besten performen. Und da war ja ein Eke-Tike schon nicht in der Startelf. Also das war ja schon eine sehr deutliche Ansage, so nach dem Motto, guck mal, der Matanovic, der hat sich im Training besser präsentiert, der hat eher irgendwie in dem System, was ich gerne spielen lassen würde, agiert. Von daher ist es doch alles fein. Warum muss man das dann da nochmal so deutlich dann machen? Das habe ich auch irgendwie nicht verstanden an der Stelle. Und wie Marvin sagt, es ist auch einfach nicht hilfreich, diese Diskussionen dann immer wieder nach außen zu tragen. Und ich glaube, da kommen wir wieder auf den Punkt mit, die Unsicherheit, die dann irgendwie im Umfeld irgendwie wahrgenommen wird, das trägt auch dazu bei, dass diese Unsicherheit halt auch irgendwie bleibt. Aber vielleicht ist das was, was die Co-Trainer dann übernehmen können, weil das war noch nie die nur Topmüllers Stärke. Irgendwie gerade im Training, Marvin, du sagst es, bei der Direktkritik und so weiter, das haben wir ja schon öfter gehört aus den internen Bereichen, dass da noch ein bisschen, ich sag mal, Optimierungsbedarf ist, dass er im Endeffekt auch so Leistungen nicht im Endeffekt danach raustragen soll, sondern lieber direkt ansprechen soll, wenn er sich selbst dazu nicht in der Lage sieht oder sagt, das ist eben nicht mein Ding. Vielleicht hilft es ja, dass wir da den einen oder anderen Neuzugang auch haben auf der Trainerbank, dass da ein bisschen Impulse geschaffen werden können. Aber für mich ist wichtig, die Leute jetzt nicht immer anzupissen, sondern er hat selber Aufgaben, er ist selber Trainer, er muss selber dafür sorgen, dass es endlich mal irgendwann mal ein Defensivkonzept gibt. Ich glaube, er hat tatsächlich schon in der letzten Saison, das zwischenzeitlich, erinnern wir uns an die Hinserie, ja, da lief die Defensive schon sehr, sehr gut. Da war schon vieles da, also, das will ich ihm auch geben. Also, das hat er durchaus hinbekommen, aber er muss es wieder hinbekommen. Gleichzeitig braucht er aber auch irgendwo leider auch so ein Konzept, was nicht nur auf individuelle Klasse, und die haben wir definitiv in der Offensive ausgerichtet ist, sondern die Fans wieder begeistert. Und das ist dann aber auch sein Ding. Und das muss er auch reißen. Und deswegen nicht immer kritisieren, in Ruhe arbeiten. Natürlich kannst du Leute mal öffentlich ein bisschen anzählen. Aber das muss auch eine Wirkung haben. Machst du es zu oft, ist das Messer stumpf. Und dementsprechend finde ich das jetzt gerade sehr unglücklich. Ich hoffe jetzt, dass sie daran jetzt arbeiten. Aber das ist kommunikativ für mich schon wieder nicht optimal. Und das muss dann dementsprechend von uns ja auch angesprochen werden. Und das sind so die Sachen. Also, es ist viel, an dem man arbeiten muss. Die Eintracht hat in der Offensive, früher gab es ja doch mal so Rankings, die unterschiedliche Mannschaftsteile nach Noten bewertet. Da bin ich bei der Eintracht bei einer Eins bis Zwei. Also, zumindest mit Bundesliga-Verhältnissen. Ja, das klingt jetzt sehr hoch. Aber das ist schon so. Das können wir mit Selbstvertrauen sagen. In Eke-Tike. Ob der jetzt drei Meter mehr läuft oder nicht. Ob der Mann einen Kopf hat. Der hat eine Qualität. Die haben wir am Ende der letzten Bundesliga-Saison gesehen. Da ist ein Knipser-Potenzial. Dass ein Martanovic sich so gut reinspielt. Ein Emre Can sage ich schon. Ja, den hätte ich auch gern hier. Aber ein Can Osun. Dass der, ja, freut der Versprecher. So kommt es manchmal, liebe Leute. Aber Can Osun, das ist ein wilder Typ. Das ist ein geiler, sympathischer, wilder Typ. Der wird, wenn er die Freiheit bekommt, bei uns, ja, der wird uns Spaß machen. Und dann werden wir sagen, geil, 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 geil. Also, ich nehme, lass mir das nicht nehmen mit einem Knauf, auch wenn der fällt. Das wird richtig gut. Aber das Gesamtkonzept muss passen. Und da müssen die jetzt dran arbeiten. Aber natürlich, René, du hast es ja vorhin schon angedeutet, hängt es dann auch damit zusammen, wie du dann im Endeffekt die Ausstellung machst und wer dann spielt. So ist es. Gibt es ansonsten noch etwas Abschließendes, was wir aus dem Testspiel als Erkenntnis mitnehmen wollen? Oder sollen wir uns dann mal mit Blick nach vorne auf das bevorstehende erste Pflichtspiel der Saison 24-25 bewegen? Ich würde sagen, dass es wieder Reiselust da war. Es waren ja wieder ein paar hundert Fans bei diesem Freundschaftskick mitgefahren. Also schon geil. Du siehst also selbst mit allen Querelen und ich habe keine Lust mehr und was machen die da für einen Käse? Also ich glaube, auf die Fans, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es viel gemecker ist und man sich immer aufregt, die Lust auf die Eintracht ist trotzdem ungebrochen. Auch dort hat mich gefreut. Also wie gesagt, ist ja nichts Offizielles, aber 500 bis 600 waren ja angeblich wieder im Stadion dort auch. Das ist ja schon mal für so einen, ich sage jetzt mal, Sommerkick ja nicht so verkehrt. Ja, ist richtig. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wie du es gerade beschrieben hast, Dennis, dass die Eintracht-Fans ungebrochen einfach nach wie vor da sind und den Verein bei jeder Gelegenheit unterstützen. So dann hoffentlich auch am kommenden Montag, wenn wir in den DFB-Pokal starten. Wir haben das Glück oder das Leid, das wird sich noch zeigen, ein Montagsspiel erwischt zu haben. Montag, 19.8. in Braunschweig um 20.45 Uhr geht es los. Braunschweig, die schon zwei Spiele in der zweiten Liga gespielt haben, leider beide verloren haben, einmal gegen Schalke, einmal gegen Magdeburg, die aber auch nicht zu unterschätzen sind, Marvin. Du hattest es letzte Woche schon erwähnt, also auch wenn es ein unterklassiger Gegner ist, sollte man die jetzt nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, oder? Nein, also ich glaube, was ganz wichtig sein wird, ist, dass wir die Konzentration hier hochhalten. Natürlich, Braunschweig ist nicht gut in die Saison gestartet. Die haben Niederlage auf Niederlage kassiert, sind jetzt auch auf dem letzten Platz. Da wird sich auch, aber auch noch ein bisschen was tun. Also man darf nicht vernachlässigen, die haben ihren Torhüter verloren. Der ist zu Schalke gewechselt, der ist lustigerweise, glaube ich, bei Schalke auf Platz vier, der Torhüter. Also das wird sich aber noch ändern, glaube ich. Du hast da, wie gesagt, du hast auf jeden Fall gemerkt, da ist vieles noch nicht. Jetzt ist einer der potenziellen Number-One-Torhüter auch verletzt. Also da, wenn wir schon über Torhüter sprechen, dann ist es nicht so ganz unproblematisch. Diese Mannschaft muss ich noch finden. Ich glaube, sie hat Potenzial, auf jeden Fall, um nicht wieder ganz unten mitzuspielen. Aber wir wissen doch, wie es ist. Das sind diese einmaligen Spiele. All der Frust der letzten beiden Spiele, wird dann ad acta gelegt und dann geht es im Pokal wieder neu rund. Wir haben mit Sidney Rebiger einen Spieler, den wir noch aus Frankfurter Zeiten kennen, der jetzt zu Braunschweig gewechselt ist, dort auch schon ein Spiel gemacht hat. Der will natürlich jetzt auch nochmal beweisen, was der kann. Da gibt es Ryan Phillippe beispielsweise, ein echt cooler Fußballer. Jetzt habe ich das richtig rausgesprochen. Ich glaube, er ist Franzose, dann heißt der Ryan Phillippe wahrscheinlich. Nicht Ryan Phillippe. So, danke dafür. Ich finde Philippe aber lustiger. Ja, auf jeden Fall. Geht auch ab. Der hat schon, beweist schon Torgefahr, ehemaliger Junioren, Nationalspieler Frankreichs, Ryan Phillippe, ey, wie geil. Also, meine Güte. Ryan Phillippe wahrscheinlich dann. Naja, aber soll man machen. Also, da sind wirklich schon spannende, Christian Coté beispielsweise, richtig spannende Spieler dabei und dementsprechend aufpassen, aufpassen, aufpassen und dann unsererseits halt irgendwie den Laden durchdrücken und schauen, dass wir uns aber auch nicht beunruhigen lassen. Das ist ja auch klar, es ist trotzdem ein Zweitligist, der im unteren Tabellenniveau ist und wenn die Eintracht in der Offensive das Potenzial einigermaßen aufzeigt, was vorhanden ist, dann mache ich mir keine Gedanken und wir werden gleich darüber sprechen, wie die Aufstellung aussieht. Also, da brauchen wir keine Angst haben, aber wir müssen Respekt haben und müssen die kompletten 90 Minuten wach sein, insbesondere, weil das Stadion auf jeden Fall ordentlich unterwegs sein wird. Die haben Bock, die sind, die freuen sich wieder, große Stadion ausverkauft, das Haus Pyro wird auf jeden Fall am Start sein. Da geht's rund. Ja, also stimmungstechnisch wird das absolut eine Rakete werden, da bin ich mir auch sicher. Aber wie du es gerade eben, finde ich, zu Recht angesprochen hast, Marvin, wir sollten das jetzt auch nicht, also, na, auf die leichte Schulter nehmen nicht, aber auch nicht mit Überheblichkeit, der jetzt irgendwie reingeht, aber wir können schon auch mit einem gewissen Selbstvertrauen da reingehen. Wir haben schon einfach auch, wie wir es ja gerade eben besprochen haben, eine Qualität im Kader, dass wir uns da jetzt auch nicht irgendwie zu klein machen müssen an der Stelle. Aber dennoch ist die Frage, ja, Dennis? Das große Problem ist, dass wir beide unglaublich viel zu verlieren haben. Die haben einen richtig beschissenen Saisonstart hingelegt, da richtig auf die Mütze bekommen gegen Schalke. Und für die, klar, ist es ein Bonusspiel, weil die große Eintracht ist da und so weiter. Ja, die können da nur gewinnen. Ich glaube nicht mal, dass das ein Bonusspiel ist. Also, die werden schon, also, wie du schon richtig gesagt hast, die haben bislang keinen guten Start erwischt. Das jetzt noch im Pokal in der ersten Runde rausfliegen, ist für die natürlich dann irgendwie so komplett verkorkster Start. Die werden da halt schon irgendwie Gas geben. Ich glaube nicht, dass das für die ein Bonusspiel ist. Das ist, glaube ich, eher so ein, wir machen Dinge wieder gut, wir machen uns wieder selbst ein Mutspiel. Also, die werden da maximale Motivation jetzt rausziehen. Auf jeden Fall, war auch eher so gemeint. In der Sinne, Marvin hat das, glaube ich, eben schon angesprochen. Es ist ein besonderes, es ist so dieses, jetzt mal der ganze Frust, ja, genau, alles zusammengepackt. Aber in dem Sinne, klar, die können gewinnen, die können, also gewinnen im Sinne von, die können im Endeffekt hier eine Runde weiterkommen, wenn sie sich auf jeden Fall an ihre, in ihren Augen, Tugenden genießen und dann hoffen sie natürlich auch, dass sie diese Wände einleiten können. Wir müssen aber natürlich, wenn wir hier wirklich unter die Räder kommen, ist für uns, glaube ich, noch viel mehr die, ja, ich sag mal, das Schiff, nicht nur gesunken, sondern, das ist natürlich, da wäre jetzt absoluter Horror. Allein schon, ihr sagt es, wer im Testspiel, oder in den Testspielen nicht ganz überragend spielt und das Letzte da noch verliert und da schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Unruhe, Unruhe, deshalb, dieses Worst-Case-Szenario, das ist im Endeffekt, für die ist was Riesiges zu verlieren, weil die haben, das ist deren Chance, um jetzt alles auf den Kopf zu stellen, für uns ist es, wenn wir hier nicht gewinnen, dann kommt Dortmund, super schwer, super Mist, also kannst dich auch hier direkt im Saisonstart schon in so eine blöde Spirale bewegen und das musst du unbedingt als Eintracht auch vermeiden, auch wenn du nicht hier das im Kopf haben darfst, ich darf nicht verlieren, ich darf nicht verlieren, ich darf nicht verlieren, aber du musst einfach, Marvin, und du hast, ihr habt das ja genau richtig gesagt, bring dich, orientier dich an deinen Tugenden, versuche das runter zu spielen, spiele im Spiel ordentlich direkt das, was du kannst und versuch nicht irgendwie Experimente, versuch nicht irgendwas zu machen, sondern einfach nur, das Spiel muss gewonnen werden, egal wie, dann ist gut, das muss jetzt kein schöner Fußball werden, Runde weiter, Mund abputzen, fertig, das restliche geht dann weiter, aber das war so dieser Punkt, ich glaube für, das macht das Spiel nochmal schwieriger, das nicht in den Köpfen zu haben, einerseits für Braunschweig, dass die sagen, wow, wir motivieren uns nochmal, weil das ist das, wo wir Dings, und für uns, oh Gott, oh Gott, wir haben Angst, weil das kann hier die ganze Negativspirale zum Laufen bringen, glaube ich, sind so zwei Komponenten, da muss viel, viel Sportpsychologie betrieben werden, um das nicht in die Köpfe der Spieler zu lassen, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr, ja, hemmend, ich sage mal, das ist einfach, denke ich, ich könnte es mir zumindest vorstellen, auch die Lesenzeitungen, auch die haben ihre Social Media Sachen und kriegen das alles mit, dementsprechend wissen sie auch, was da für ein Fokus ist, dass da schon wieder Unruhe ist und so weiter, also ich glaube, mir ist wirklich unglaublich viel Arbeit vorab notwendig, die nichts mit dem reinen Spielen zu tun hat, sondern einfach nur die Köpfe frei halten und Pokalspiele sind immer was Besonderes und ich freue mich auch schon drauf, dass es endlich wieder losgeht, habe aber auch eine Heidenangst. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ist es denn bei euch? Ich habe schon Bock, also Angst habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht, ich bin da eher mit einer gewissen, mit einem gewissen Vertrauen unterwegs, aber ich habe einfach schon jetzt Bock, mal die Anspannung in so einer Pflichtspielkonstellation zu sehen, auch mal dann die, in Anführungszeichen, offizielle Startelf dann mal zu sehen und ich freue mich eigentlich eher, dass wir mit Braunschweig halt auch einen Gegner haben, wo dann auch so ein bisschen, wie Marvin das beschrieben hat, wo dann auch Stimmung mit drin ist, wo man dann auch wirklich wieder mal so ein bisschen Fußball erleben kann. Da habe ich schon eigentlich Bock. Also ich bin da eigentlich gerade ganz guter Dinge, weil ich einfach auch glaube, dass wir die Qualität im Kader haben und die auch zeigen können. Du hast also den freien Kopf schon, sehr gut. Marvin, wie ist es bei dir? Ich auch, also ich freue mich tatsächlich wirklich auch auf den Saisonstart, weil da gibt es natürlich wie immer den Reality-Check und der kann auch positiver sein, als wir denken, auch wenn wir reale Probleme sehen und die müssen angegangen werden. Das heißt aber nicht, dass andere keine Probleme haben. Das ist natürlich auch immer diese Betrachtung. Nur weil wir Probleme haben, heißt es nicht, dass die anderen das nicht haben. Die haben auch mit Sachen zu kämpfen. Wir werden safe, eine kleine Europacup, eine EM-Müdigkeit bei einigen Spielern erleben. Das heißt, dass auch da wieder einige nicht sofort an ihr Leistungsniveau kommen, erst im Laufe der Saison dann reinrutschen. Deswegen ist eigentlich ganz gut, was wir für ein Auftaktprogramm haben. Das kann uns in Nuancen auf jeden Fall sogar zum Vorteil gereichen. Also ich glaube, das ist in Ordnung und ich freue mich erst mal darauf, aber ich hoffe, dass wir halt schnellstmöglich Entwicklungen bei der Eintracht sehen, die mir Vertrauen geben, dass das sehr, sehr gut werden kann. Denn, ihr habt es ja vorhin angesprochen, es ist wieder Europacup-Zeit und Dennis, du hast es ja gesagt, es ist natürlich schon geil, dass wir jetzt auch wieder Fans, natürlich die ganze Zeit Fans haben, die auf jeden Fall irgendwie mitreisen, die Bock haben, die irgendwie hinfahren, die jetzt auch nach Valencia fahren, obwohl es da jetzt nichts zu gewinnen gab, die jetzt auch Bock haben, ey, geil, nächste Runde, ab 30.8. wird ausgelost, wo geht es überall hin, gegen wen spielen wir alles, was ist heim, was ist auswärts, wo können wir hinfahren, geile Touren, das ist doch mega, das ist das, was die Eintracht ja mittlerweile irgendwie auch auszeichnet. Und das irgendwie dann auch wieder zu sehen, da habe ich riesig Bock drauf und dementsprechend bin ich positiv und ich glaube, wir kommen weiter. Aber dieses positive Zeichen muss es jetzt am Montag natürlich auch geben. Mit welcher Aufstellung machen wir denn dieses positive Zeichen oder andersrum gefragt, mit welchem System würdet ihr denn da am Montag rein starten, Dennis? Fang nur mal an. Also erstmal nur System. Okay. Das ist natürlich, haben wir am Montag unseren griechen Freund schon dabei, das wäre, wenn der dabei ist, glaube ich, könnte man im Endeffekt, meiner Meinung nach, hast du dann noch mehr Varianten. Du meinst jetzt Dreier- oder Viererkette da erstmal in der Abwehr. Wollen wir damit mal anfangen? Ja, generell die Frage nach dem, nach dem Spielsystem. Also klar, es fängt natürlich mit der Frage an, machen wir denn ich würde, ich würde gerne zwei Milliarden Anlauf auf eine Viererkette zu setzen oder bleiben wir in dem System, mit dem wir vielleicht auch Erfolge gefeiert haben? Dann hätte ich gerne einen 3-5-2. Du gehst mit einem 3-5-2, also du bleibst in dem alten System quasi. Mehr oder weniger, ja. Ja, ja. Marvin, was ist deine Tendenz oder was wäre dein System? Ja, also ich gehe auch davon aus, dass wir mit drei Spielern in der Verteidigung spielen oder 3-5, je nachdem, wie wir es halt haben. Also genau das Viererkette wird es definitiv auch nicht, glaube ich. Und dann, ja, stellt sich das dann weiter nach vorne dann auf. Okay. Dann Zwischenfrage, bevor wir zu der von uns vermuteten Aufstellung kommen, ist das jetzt ein situativer Blick auf dieses Spiel oder sagt ihr generell, Viererkette haben wir oft genug funktioniert, oft genug probiert, hat nicht funktioniert, haben wir nicht die Spieler, haben wir keine Erfolge, wir bleiben für immer und ewig in dem 3er-5er-Ketten-System? Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt, weil wir dahin kommen, dass wir merken, dass für eine Viererkette ein Tutor zu schwach sein wird. Und solange sich das mit der neuen Verpflichtung noch irgendwie zieht, ist es dann eh kein Thema und selbst wenn die neue Verpflichtung dann da ist, muss man auch erst mal sehen, wie das reinläuft. Ich glaube, du hast potenziell mehr Spiel, wenn Koch, Christensen und entweder Tutor oder vielleicht Collins halt in einem engeren Verbund unterwegs sind. Da bin ich voll bei dir, Marvin, genau. Ja, das ist das Problem. Okay, ja, nachvollziehbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da, ich habe mich da noch nicht auf ein System festgelegt. Ich wäre aber auch tendenziell eher ein bisschen dabei, bei diesem 3er-5er-Ketten-System zu bleiben, weil ich glaube, dass es uns einfach besser liegt. Gut, laut Dino möchte ja im Endeffekt diese Flexibilität beibehalten, dass er von Gegner zu Gegner gucken kann. Ja, aber am Ende wirst du ja nicht ja trotzdem Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja, am Ende des Tages wirst du dich ja trotzdem in zwei, drei Systemen irgendwie dann bewegen. Klar wirst du dann immer so individuelle Anpassungen auf den Gegner haben, aber das Grundsystem, da kannst du jetzt nicht 25 unterschiedliche Grundsysteme haben, sondern da wirst du halt zwei oder drei haben und da dann in Nuancen verändern. Aber ich bin eigentlich eh ein Freund davon, drück doch deine 3er-Kette durch oder deine 3er-5er-Kette, anstatt dass du versuchst im Endeffekt auf den Gegner mit einer 4er-Kette zu reagieren. Wenn es das gut eingespielt ist, ist der Wechsel meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Das ist sowas, versuche dem Gegner auch so ein bisschen das aufzudrücken. Klar, die Qualität, wir werden auch gegen Mannschaften, Marvin, du hast es schon angesprochen, auch wenn wir europäisch kicken, wenn sicherlich auch noch der ein oder andere Gegner dabei sein, hoffentlich, wenn wir auch weit kommen etc. und coole Gegner haben, wo du es nicht dein System aufdrücken kannst. Trotzdem würde ich sagen, daran arbeiten, daran versuchen, dass es wirklich einfach so etabliert, so eingespielt, so viele Automatismen drin sind, dass du wirklich dir keine Sorgen machen musst und gar nicht diese Frage dir vorab in diesem Ausmaß stellen musst, weil man hat das Gefühl, das ist sowas, ich kann es gar nicht beschreiben. Für mich ist das schon wieder so ein Punkt, haben wir ja vorhin schon besprochen, ich hätte gerne eine gerade Linie, wo ich weiß, so wird gespielt, so wird Dings. Klar können sich die Gegner dann auch darauf einstellen, das möchte ja Dino damit vermeiden. Wenn es aber so gut gespielt wird und so gut ausgestattet ist, glaube ich, ist es trotzdem machbar mit kleinen Nuancen und René, davon sprechen wir jetzt nicht mit 24 Mal ein komplett neues System, sondern Variationen im Spiel, ein bisschen dynamisches wechseln, auch intern dann über die Räume, verschiedene Überzahlen schaffen und so weiter. Glaube ich, kannst du auch mit dem System, dann ist es scheißegal, ob am Ende da 3-5-2 oder 4-3-3 oder was weiß ich auf dem Plan steht, das muss im Endeffekt einfach gut funktionieren, passende Spieler, die sich sicher fühlen und keine Unsicherheiten im Spiel. Das ist das, was hier unbedingt raus muss. Ja, okay, verstehe ich. Gut, also gehen wir davon aus, wir spielen mit einer 3er-5er-Kette, jetzt gehen wir mal davon aus, der Nachfolger für Pacho ist noch nicht da, wie würde denn dann eure Innenverteidigung aussehen? Also jetzt mal nur die drei Innenverteidiger. Okay, Christensen, Koch, ja, ich würde es tatsächlich tun, ich würde mit Collins gehen. Krass, okay, ja, also, er hätte es auf jeden Fall verdient, ich muss sagen, wahrscheinlich sehen wir Tutor meiner Meinung nach am Montag, aber ich würde auch tatsächlich, hätte ich gerne, würde ich gerne Collins sehen. Und dann würdest du Koch in der Mitte, Christensen rechts und Collins dann wahrscheinlich links. Ja, genau, Christensen rechts, wir haben dann sowieso Rechtsfüße, weil die sind glaube ich alle drei Rechtsfuß. Genau, dann haben wir da das doch zusammen, also, das ist die Frage, wäre ich auch dabei. Ja, die können natürlich die User und Userin noch beantworten, lieber Tutor oder Collins, aber das sind so die beiden Dinge, ich würde jetzt wirklich mit Collins gehen, ich finde, das kannst du gegen Braunschweig auch mal probieren. Ja, und wenn aber, ich versuche diesen griechischen Namen nicht auszusprechen, der Mann von Parock da ist, dann würde der wahrscheinlich anstelle von Collins dann spielen. Also, wenn Kuliarakis bis dahin da ist, würde ich genau ihm das geben, wenn er Bock hat und sich fit genug fühlt, sehr gerne, ja. Ich glaube, spielerisch, du hast ja gerade gesagt, der hat ja sogar ein Tor gerade geschossen, also ich glaube, der ist gerade im Rhythmus drin, der steckt so ein Spiel da am Montag auch noch irgendwie weg. Ja, bin ich ja auch Daumen hoch. Dann hätten wir die Innenverteidigung und dann ist die spannende Frage, wie sieht es denn auf den Außenbahnen aus, links und rechts, wen würdet ihr denn da stellen? Was ist denn mit Knauf? Er ist, glaube ich, noch nicht 100 Prozent, er war ja jetzt auch irgendwie längere Zeit krank und er war ja auch im Pestspiel Gegen FSV war er in der Startelf, oder? Genau, also hat er zumindest, ich glaube, da war er zumindest drin, wenn ich das richtig gesehen habe, aber ja, es ist momentan nicht so, dass er fit ist und deswegen, das sind so kleinere Sachen, das ist jetzt nichts Großes, aber ist er nicht so spielbereit, dass ich jetzt denke, dass es für Montag schon reicht. Okay. Oder einwechseln vielleicht irgendwie. Ja, ich glaube, auf der Einwechselsituation wird es auf jeden Fall mit ihm geben, das kann ich mir gut vorstellen, aber wie gesagt, das ist halt noch ein bisschen die Schwierigkeit. Das heißt, Ebimbe wäre da noch zur Auswahl für rechts. Wäre für mich die logische Schlussfolgerung aktuell, er hat eine gewisse Geschwindigkeit, er hat auch, wenn wir den guten Diener Ebimbe erwischen, kann der da auch einen Unterschied machen, also der wäre für mich jetzt dann quasi das Mittel der Wahl. Und links, Braun oder ein Kunku? Ich muss ehrlich gesagt mit dem Kunku gehen, und es geht gar nicht anders, weil Braun, so cool ich ihn finde und ich finde, er hat richtig nice Ansätze, so ist er für mich halt auch noch echt jemand, der noch reinwachsen muss. Und das ist auch vielleicht in Ordnung so, dass er noch so ein bisschen reinwächst. Vielleicht sollten wir ihm nicht zu schnell zu viel zumuten. Ich meine, das ist eine gefährliche Position und wir wissen, wie viele Spieler es nicht geschafft haben, wirklich nicht geschafft haben, da irgendwie ansatzmäßig ranzukommen. Ich denke, er hat das Potenzial, aber Braun braucht noch die Zeit und das ist auch völlig in Ordnung. Dementsprechend, Kunku ist derjenige, der für mich da weiter vorne ist und dementsprechend, genau, der spielen sollte. Okay. Bin ich auch, bin ich auch dabei, weil auch Braun noch eher, du sagst es, noch ein bisschen lernen, noch, das ist ja auch nicht in Kunkus Stärke, sich nicht überspielen zu lassen und so weiter. Da habe ich aber ein bisschen Angst, dass gerade Braunschweig so zu billigen Chancen kommt, dass eben dann gerade diese Schwäche vielleicht nach vorne, etwas zu viel nach vorne gearbeitet. Braun hat mir nach vorne auch sehr gut gefallen, nach hinten dann aber nochmals ein bisschen wackeliger, ein bisschen, ja, einfach nicht ganz so fit, wo man sagt, oh, im Kopf, das hättest du beim Laufweg vielleicht schon ansetzen müssen, nach hinten zu gehen, ein Stückchen. Ob Ben Kunku das so gut immer macht, das will ich jetzt auch nicht sagen, das ist die beste Lösung, die wir hier haben. Für links ist es momentan, aber leider, ja, dementsprechend in Kunku für mich auch vorne, um einfach da die Gefahr rauszunehmen, dass wir eben mit billigen Spielen auf der rechten Seite, also respektive auf der linken, unserer linken Seite darüber spielt werden. Ich finde es tatsächlich ganz cool. Also ich mag das, dass wir mit Braun jemanden haben, den die Eintracht da wirklich verpflichtet hat, was ja für mich fast ein kleiner Überraschungstransfer war. Hatte ich gar nicht, ich hatte gar nicht drüber nachgedacht, mit Braun. Stimmt. Darüber den Weg zu gehen. Ich finde es aber ein smarter Weg, deutsche U-Spieler, U-Nationalspieler. Und wie gesagt, ich glaube, die beiden werden sich da gut auf ein neues Level bringen. Insofern freue ich mich drauf. Und sowohl, selbst wenn Braun spielt, auch geil. So, zentrales Mittelfeld. Zwei oder drei Spieler und wen würdet ihr da hinstellen? Ja, gute Frage. Larsson will ich auf jeden Fall sehen. Larsson, ja, Larsson, Schiri, leider wahrscheinlich Schiri. Ich bin ohne Mist, ich muss wirklich sagen, der Zug ist echt bei mir abgefahren und ich weiß, jetzt ist ja Basti auch nicht hier und kann uns jetzt nicht mit seiner Prost-Schiri-Haltung belästigen. Er wird dann wieder eingreifen, aber ey, ich finde das alles so leblos. Was da passiert, ist irgendwie so, es ist so leblos, gesichtslos und irgendwie passierte für mich da viel zu wenig. Deswegen, Larsson sehe ich da auf alle Fälle. Ich hätte sogar in einer optimalen Welt Götze da hingezogen und hätte mit Götze, Larsson wäre ich da unterwegs gewesen. Aber ich weiß natürlich, dass die größeren Stärken in der Defensive Schiri schon hat. Ich glaube, das kann man nicht für alle sagen. Ja, ist halt immer so ein bisschen die Frage, was du halt haben willst. Larsson ist für mich so der klassische Box-to-Box-Spieler, der auch defensiv kann, aber der halt auch gewisse Offensivbewegungen immer drin hat. Und dann mit Götze hast du einen relativ ähnlichen Spieler dann, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr die Stärke in der Offensive hat. Dann bist du in der, könnte ich mir vorstellen, dass du zu viel Lücke dann zur Abwehr hast. Da wäre dann Skiri eher der, aber ich verstehe, was du meinst. Es wirkte generell im Mittelfeld, auch im Testspiel gegen Valencia sehr statisch. Bis zu dem Zeitpunkt, als dann Larsson auch reinkam, fand ich. Es wirkt immer noch so, als wäre er im Formtief nach der, also als der zur Winterpause dann, ja genau, als er da wieder zurückkehrte. Also seitdem, das ist wirklich leid. Aber da hoffen wir doch mal drauf, weil er hat ja vorher gezeigt, dass er eine Riesenbereicherung auch für uns sein kann und da auch richtig starke Spiele spielen kann. Braucht auch, da musst du Knoten platzen, hoffentlich mit Larsson daneben. dann glaube ich, kann auch Skiri eine richtig, richtig gute Hilfe hier sein, um hier Stabilität auch einfach an diesen Positionen zu bringen. Denn da jetzt rumzurütteln, Marvin, du sagst es ja, du hättest sicherlich jemand anderen schon mit ins Spiel gebracht, wenn jetzt sich jemand total aufdrängen würde, dass du sagst, er muss oder das ist jetzt die eindeutige, bessere Lösung. Das ist an der Stelle, bringt alles Unsicherheit rein und Tutor möchte ich da überhaupt nicht sehen, weil jetzt schon wieder viele ja sagen, oh, Tutor ist ja nicht in der Abwehr gewesen, dann kann er ja auf die Sechs bitte, nein. Als Notfall ja, ist in Ordnung, aber nicht noch mehr Verunsicherung und wir brauchen einen Tutor. Er ist okay, als Sechser Ersatz und mal Dings, aber bitte nicht als A-Lösung hier, um jemanden auszutauschen. Gut. Da haben wir jetzt für drei Spieler noch Platz. Welche drei Spieler würdet ihr denn da jetzt dann noch aufstellen? Da wird es tatsächlich spannend. Also vorne, glaube ich, Mamouche muss spielen, gerade weil er ein absoluter Tor-Garant aus der Vorsaison ist. Meiner Meinung nach hat auch, ihr habt es vorhin, glaube ich, schon gesagt gehabt, jetzt auch wieder sehr gute Impulse, ist schon früh in einer guten Form, hat man zumindest das Gefühl. Also Mamouche ist für mich auf jeden Fall gesetzt. Jetzt ist die Frage, Auf welcher Position? Definitiv für mich nicht außen hängend, sondern wirklich vorne mal wieder, nicht Box natürlich, sondern wirklich Sturm, jedoch nicht Box wie jetzt Matanovic. Hängende Spitze irgendwie, aber schon mehr so zentral und nicht auf den Außen. Ja. Ähnliche Meinung bei dir, Marvin? Ja, auf jeden Fall. Also Ekiteke ist gesetzt, Mamouche ist gesetzt und stellt sich halt nur die Frage, wer dahinter ist. Könntest du? Dahinter oder davor? Also Mamouche ist für mich... Matanovic kommt von der Bank, denke ich. Also Mamouche und Ekiteke sind für mich weiter vorne. Also ich meine jetzt allein von der Aufstellung halt her. Und Götze steht logischerweise dahinter. Du meinst, oder Chaiibi wäre noch zur Wahl? Ja. Ich denke auch, dass Götze da die beste Wahl wäre. Ja, es ist halt schwierig, weil genau das ist halt die Schwierigkeit, die du gerade hast, weil eigentlich gesagt, Chaiibi hat es ja auch verdient. Du könntest auch einfach mal sagen, okay, let's rock it mit Chan Uso und warum nicht? Könntest auch mal sowas machen? Also Chaiibi hat es auch verdient. Es ist schwierig, das ist echt krass, weil wenn wir ehrlich sind, steht Götze nur wegen seines Namens da. Ja. Das ist tough. Also sollte man das machen, muss man überlegen. Das weiß ich nicht. Also ich finde das echt schwierig, weil du kannst genauso gut sagen, nö Leute, wir lassen Chaiibi mal ran. Der hat es sich auch verdient. Der hat eine bessere Saison gespielt im Vergleich. Und warum nicht? Das wäre nämlich tatsächlich meine präferierte Variante zu sagen, du hast sowohl in Mammusch als auch in Eke TK eher so ein bisschen hängende Spitze, die dann auch die Geschwindigkeit ausnutzen können und du hast einen Matanovic da vorne drin als Zielspieler, der Leute bindet und weder Chaiibi noch Götze. Ja, Matanovic meinst du? Ernsthaft? Aber wer spielt den im Endeffekt? Er ist ja normalerweise für mich ein klassischer Boxstürmer, der wirklich mit Flanken im, ich sag jetzt mal, Kopfballbereich angespielt werden sollte. Das ist nicht Kopfball, aber ja, der halt gefüttert werden muss. Also dafür ist er für mich der absolute, absoluter Brecher. Das hat mir auch wieder gefallen in den Testspielen, richtige körperliche Präsenz. Also da kannst du im Endeffekt wirklich so einen richtigen, für Standards ist der super. Das ist so einer, der, wenn es aus dem Spiel raus nichts geht, den du mit Standards vorne füttern kannst. Das ist für mich mal eine Hoffnung, hoffentlich toi, 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 dass die Standards mal ein bisschen besser auch bei der Eintracht noch werden. Da kann er mir wirklich weiterhelfen, aber ich glaube, dann bräuchtest du eher wieder Spieler wie Götze oder Chaiibi, die ihn mit einem feinen Füßchen mal füttern. Ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt Mamouche und Ekitike dahinter die idealen Spieler sind, die dann eher, das weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Wenn du das willst, musst du Ekitike nach hinten ziehen oder eventuell Mamouche, aber ich halte das nicht für sinnvoll. Ich würde wirklich davon absehen, jetzt Matanowitsch auch in diese Schwierigkeit zu bringen, jetzt teilweise auch so für die Spielgestaltung notwendig zu sein. Also ich glaube, das ist genau das, der kommt rein, schraubt sich nach vorne, schießt Tore so. Das ist eher so sein Ding. Also ich würde tatsächlich eher dann, da würde ich eher zwischen Usu und Götze und Chaiibi wählen. Eventuell noch, wenn ein Knauf fit ist, Ibimbe vielleicht noch zentral reinzuballern. Also das sind so die Spiele, da würde ich nicht tatsächlich auf Matanowitsch gehen, ehrlich gesagt. Okay. Also dann ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste zu sagen, wir haben Ekitike, wir haben einen Mamouche und dahinter dann Götze oder Chaiibi. Ich glaube, die haben noch so ein bisschen die Nase leicht vorn gegenüber Usu und ich würde aber auch deiner Einschätzung folgen, dass Götze in ganz vielen Fällen allein wegen des Namens da schon gesetzt sein wird. Wahrscheinlich. Aber ganz kurz, Jungs, schaut mal, wie krank dieses System eigentlich ist, die Eintracht, dass du so geil, wie lange wir uns jetzt schon über die Offensive unterhalten können, wie lassen wir da spielen, weil du unglaublich viele geile Optionen hast. Es tut einem unglaublich weh, teilweise die Spieler draußen zu lassen, weil du denkst, Mensch, du lässt Potenzial draußen und denkst, in der Abwehr ganz anders. Da haben wir, tak, 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 das musst du so aufstellen. Das war relativ klar. Hoffentlich kommt noch der Grieche dazu, dann hast du noch ein bisschen mehr Optionen. Also da merkst du einfach dieses Ungleichgewicht. Marvin, du hast es vorhin so sehr schön gesagt, in der Offensive kannst du eigentlich nur über, ich sage mal, trainerseitig Fehler machen, dass du Quatsch aufstellst oder dass es einfach natürlich auch mal nicht funktioniert und so weiter. Klar, das ist aber, da hast du wirklich riesiges Potenzial, was du ausschöpfen kannst. Hinten musst du eben gucken, da ist ein bisschen Gefrickel angesagt. Da musst du kreativ sein. Vorne kannst du es eigentlich mit dem Potenzial, was sie haben, musst du natürlich versuchen, das rauszukitzeln. Aber ich glaube, das ist schon, was mir sehr gut gefällt, dass du auch unglaublich viel mal von der Bank bringen kannst. Ich weiß nicht, inwieweit Wechsel dann, wann sie stattfinden werden und so weiter. Aber ich glaube, da wird jeder wichtig und jeder kriegt seine Spielzeit. Und genau wie du gesagt hast, Marvin, Matanovic, wenn du den später dann mal einfügst, die Spieler sind ein bisschen müde und er steht vorne und kann da im Endeffekt seine Show machen, ist das, glaube ich, ein Riesenspieler, den du auch als Einwechselspieler gut, gut, sehr gut hier nutzen kannst. Okay. Dann haben wir eine Startaufstellung und dann müssen wir mal wieder zu so einer klassischen Kategorie kommen, die ich sogar ganz vergessen habe in unserem Sendungsdokument aufzuschreiben. Nämlich die Frage nach dem, wie tippt ihr denn, wie das Spiel ausgeht? Marvin, was ist denn dein Tipp für das Spiel am Montagabend? Ja, 4-2. Richtig geballert. Richtig geballert. Montags geht rund. Und es wird ein knackiges Erstrundenspiel im DFB-Pokal, liebe Leute. Das wird auf jeden Fall spannend. Habe ich irgendwie Bock drauf. 4-2. Viele Abwehrfehler auf beiden Seiten, aber wir mit dem glücklichen Rennhändchen. Okay. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Dennis, dein Tipp? Ja, ich setze sogar noch einen bei uns drauf. Ich sage 5-2. Aber ich denke auch, dass es mal spannend wird. Geht aber beide davon aus, dass wir Tore kassieren? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht selbst belügen. Das ist definitiv, wenn du gerade so einen Offensivdrang hast und dann auch Spieler hast, die sehr gerne vorne was machen, sind Lücken hinten da und auch Braunschweig wird das zu nutzen wissen. Da sind zumindest zu Torschancen kommen. Ob es am Ende dann auch kommt auch ein bisschen auf die Form von Drab an. Muss man dann schauen. Ja. Ich mache so ein Zwischending. Ich glaube schon, dass ich traue Braunschweig Torchancen zu, aber nicht so viele Tore, weil ja, Trab einfach auch ein gewisser Garant dann ist. Ich glaube aber schon, dass die Offensive auf unserer Seite sich mehr beweisen will und von daher wäre mein Tipp dann 4-1 für die Eintracht. Eintracht, egal was von den Dreien zum Tragen kommt, wäre das glaube ich ein sehr runder und sehr gelungener Start in diese Saison, wenn wir jetzt mal auf die Spiele gucken. Im Normalfall gibt es dann ein total ätzendes hoffentlich 1-0 für die Eintracht. So ein ekliges Ding wurde in der 94. Minute noch irgendwie glücklich. Keiner weiß, warum ein Ball reinsteuert. Martanovic hat noch mal irgendwie den Kopf weitergezogen. Nach unseren Ausführungen ist es dann wahrscheinlich Tutor, der irgendwie ein super Spiel abreißt und dann in der 94. Minute glücklich noch irgendwie den Siegtreffer mit der linken Arschbacke oder so macht. Und das Schlimme ist, wir unterschreiben es alle und sagen, top, alles gut, die Runde ist rum, jetzt können wir uns auf das Wichtige konzentrieren. Das ist, genau, also das muss einfach gewonnen werden, einfach eine Runde weiterkommen, einfach nur, damit die Stimmung einfach auch gut ist. Ja, nicht nur, dass die Stimmung gut ist, aber auch, weil wir es halt schon einfach auch brauchen. Ja, wir brauchen es immer. Gut, dann haben wir, glaube ich, fußballerisch jetzt alles besprochen, was wir für diese Woche auf dem Zettel haben und dann müssen wir die Sendung natürlich auch noch, was heißt natürlich, wir müssen die Sendung mit einer nicht ganz so freulichen Nachricht beenden. Die Bundesliga muss sich schon wieder von einer, ja, wir hatten es vorhin von Identifikationsfiguren, das trifft auch in diesem Falle zu, von einer Identifikationsfigur verabschieden. Willi Lemke ist im Alter von 77 Jahren verstorben, der vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, auch noch mal beim HR im Heimspiel zu sehen war. Ich erinnere mich noch an die Folge, ich habe es ja auch gesehen, der uns alle auch, glaube ich, so ein Stück weit geprägt hat in unserem Gruß werden mit dieser Bundesliga, den Frotzelein, die er sich da mit Uli Hoeneß geliefert hat und damit geht einfach auch eine wichtige Person in dieser Entstehungsgeschichte der Deutschen Bundesliga von uns. Ja, also ja, ist krass, also ich muss ja sagen, ich finde, Willi Lemke war immer so ein extrem authentischer Typ, also wenn wir über Fußballsozialisierung oder Sozialisation sprechen, wann wir angefangen haben, Fußball zu gucken, die Bundesliga zu gucken und irgendwie auch das Konstrukt der Bundesliga mitzubekommen, großartige, in der Randzeit, da war er einer der ganz großen Protagonisten, da war er bei Werder Bremen der Spieler, der Gegenspieler zu dem Aufbrausen in Uli Hoeneß war, da war der, der mit anderen Mitteln gearbeitet hat, während Uli Hoeneß mit seinem Checkbuch da unterwegs war und das ist schon cool, also ich fand Uli Hoeneß war immer so der Typ, der mir nicht so gefallen hat, aber Willi Lemke war ein geiler Typ und ja, du hast ja gesagt, er war jetzt 2023 noch im Heimspiel und da hat unter anderem unser User Florian Manian dann auch mal mit ihm gesprochen, der war dann eher auch als Gast dann vor Ort und hat dann irgendwie auch erzählt, dass Florian ist Schauspieler und das hat er dann auch Willi Lemke dann erzählt und dann hat Lemke gesagt, ja komm ich vorbei und dann hat er sich sogar Eimer Tickets gekauft, dann ist es dann krankheitsbedingt ausgefallen und da hat Florian schon gedacht, naja, das wird nicht nochmal vorkommen und dann hat sich Lemke aber auch für den zweiten Auftritt Karten besorgt und danach haben die noch gebabbelt und dann hat Lemke ihm angeboten, er kann jederzeit bei der Familie pennen, wenn er irgendwie Unterschlupf braucht und haben sich dann wohl recht lange unterhalten, also dann merkt man auch, da ist jemand da gewesen, der es mit den Menschen gut gemeint hat und das hat man glaube ich bei Willi Lemke immer gespürt und dementsprechend auch unsere, ich glaube unsere aller Sympathie, die er jahrzehntelang genossen hat, insofern bedanke ich mich bei Willi Lemke, der ja ein authentischer Charakter war, ein streitbarer manchmal auch, gerade im Kontrast mit Uli Hoeneß, aber irgendwie ein geiler Typ und ja schade, dass das echt schon so früh jetzt zu Ende gegangen ist. Ja. Ich glaube, das ist so ziemlich alles, was man dazu sagen kann, die Bundesliga verliert weitere wichtige Menschen in ihrer Geschichte, wir verlieren weitere Menschen in der Geschichte, wie wir zum Fußball gekommen sind und es ist sehr schade und natürlich gilt unsere volle Anteilnahme allen Freunden der Familie und Angehörigen. Auf jeden Fall. Lasst uns das schön feiern, wie sie, ja, wie wir das erlebt haben die letzten Jahre mit Willi Lemke. Es ist ja total cool, das auch in positiver Erinnerung zu halten, sich die Clips anzuschauen, sich anzuschauen, wie er so unterwegs war. Ich freue mich jetzt schon auf das Biopic, was vom NDR oder von Radio Bremen bald kommt, was seine Legacy behandeln wird und dann gucken wir nochmal schön zurück. Ich glaube, das ist ja immer etwas, was ich total schön finde, wenn dann irgendwie Respekt gezollt wird für die Lemke. Halten wir ihn alle in super Erinnerung und hoffen, dass es bald mal wieder ähnlich charismatische Personen gibt im Fußballkosmos. Und mit diesen Worten würde ich sagen, beschließen wir dann die Sendung für diese Woche. Wir sind gespannt drauf, was eure vielleicht Gedanken zur Aufstellung sind und lasst auch nochmal gerne einen Kommentar da bezüglich der Audioqualität oder welche Erinnerungen ihr auch mit Willi Lemke und eurem Weg zum Fußball, zur Bundesliga und zur Eintracht verbindet. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Tschüss. Hey. Hey. Es kann am voting. Hey. Hey. Es kann am Vond. Bis zum nächsten Mal.